Ach, ich bin auch im falschen Film. So, Moment, da bin ich, da bin ich, da bin ich, das muss ich noch eben ändern. Oh, okay. Jetzt kann ich Spaß auch wieder weg. Ähm, komm, 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 komm. Oh, der Spieler. So, hallo Freunde, wir haben Samstag den 20.11.2021 und es ist 20.03. Ach, bisschen verspätet, aber Bobby hat hier ein bisschen umgebaut und jetzt musste der Rechner, der hat, der zieht ja sowieso hier ein bisschen rum und der braucht dann immer erst mal eine halbe Stunde Anlauf, bis der wieder läuft. Ja, und war jetzt alles ein bisschen knapp, aber es hat immerhin, hat das hingehauen und auf jeden Fall sieht das Studio hier schon mal wieder völlig anders aus. Fabi hat mir den Monstermonitor geklaut. Ähm. 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 Ja, jetzt sehe ich natürlich nichts mehr. Ich bin jetzt natürlich völlig blind. Trotz Brille. Ähm. Also mein, mein bisheriger zweitmonitor, also drittmonitor, oder zweitmonitor, oder erstmonitor. das war hier der, der, ähm, der gewirbte. Ähm. Ähm. Ich hab den ganzen Runden angemalt. Saugen nie? Ja. Echt? Ich hab das sogar richtig schön deckend. Ja. Ich hab die Stativposition und den Schrankmack jetzt. Super. Ähm. Ähm. Ja, der gewirbte Monitor, den ich hier von euch zur Verfügung habe. der ist jetzt mein größter Monitor hier. Ähm. Äh. Und der andere hatte, was weiß ich, was war das? 55 Zoll, oder was? Der? 50. Oder 50 Zoll. Ja, und jetzt bin ich runter auf 23. Na, oder 24? Ich glaub 23. Und jetzt habe ich als Erstmonitor noch einen viel kleineren, der eine ganz total beschissene Farbwiedergabe hat. 27 und 24. Oder 27 und 24. Aber der Kleine, der hat eine echt beschissene Farbwiedergabe, Fabi. Also wirklich. Obwohl irgendwie beide die richtig eingestellt sind. Aber egal. Ähm. Was wollte ich dir sagen? Ja, das gibt's hier Neues. Ähm. 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 Das sieht hier jetzt irgendwie völlig anders aus. Fabi hat seinen, seinen großen Arbeitstisch, hat er an der Wand geschoben. Und dafür musste er hier das halbe Studio auseinander bauen. Damit das, äh, überhaupt verschiebbar war. Was macht er jetzt? Welches ist die 7? Die 6. Die 6. Fabi macht jetzt mal ein paar Handaufnahmen. Kennt man's? Ja. Das ist halt unser Studio. So kennt man's. Das ist der große Monitor. Den er mir jetzt weggenommen hat. So, und so sieht das jetzt aus. Er hat jetzt einen fahrbaren Untersatz gebastelt für die, für die Monitore und den Rechner. Ja. Ja. Aber da müssen wir noch mal drüber reden. Da wird noch mal, müssen wir noch mal nacharbeiten. Was? Das darf die Kamera wieder wegschütteln. So, das hat sich jetzt hier geändert. Aber wir müssen noch mal gucken, dass wir hier noch mal ein bisschen nacharbeiten, was so die, was so die, was die Details angeht. Und das sieht mir alles, Fabi wahrscheinlich auch, alles noch zu unordentlich aus. Aber, wie heißt das mühsam ernährt sich das Eichhörnchen oder so ähnlich. Der Anfang ist geschafft. So, was haben wir denn noch? Haben wir noch irgendwas Neues? Haben wir noch was Neues? Wir haben noch was Neues. Ey, du hast deine drei Streifen schon weggefressen. Alle drei weg. Ich mache heute eine Ausnahme. Ich krieg's heute ausnahmsweise nochmal drei. Dürfen wir nur der Chefin nicht erzählen, sonst kriegen wir wieder Ärger. Die Chefin musst du mich immer aufs Geld aufpassen, damit du nicht so viel wegfrisst. Ja. Ja, eigentlich hatte ich ja vor, heute den, wir stellen dein Aquarium vorstehen mit dem Hans zu machen. Ich hab den Hans angeschrieben, aber irgendwie hat er sich nicht wieder gemeldet. Keine Ahnung, was da, was der Grund war. Schade eigentlich. Sehr schade. Ach so, mach die Dinger runter, sonst vergesse ich das nachher. Ähm, ja, schade, sonst hätten wir, weil im Moment bin ich ja darauf angewiesen, dass Fabi auch dabei ist. Also, das krieg ich alleine alles nicht gebacken. Ich bin auch echt zu blöd für, zu blond, oder was? Ach nee, ich bin ja nicht blond. Ähm, ja, und dann hab ich halt doch wieder kurzfristig gesagt, jetzt machen wir dann doch das, was ich ursprünglich geplant hatte. Heute den Stream mit dem, ähm, der Vorstellung des, ähm, des JBL, des großen JBL Marientestkoffers. Ja, ich hatte euch ja noch nicht wirklich verraten, worum es ging. Ähm, das heißt also, wie gesagt, heute geht es um diesen kleinen zarten Koffer. Ja, also ist schon echt ein geiles Ding. Empfohlener Verkaufspreis liegt bei knapp 95 Euro. So, ja, und den hat mir die Firma JBL freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Und, äh, ja, ich hab noch nicht reingeschaut. Deswegen stelle ich ihn jetzt erstmal hin und wir machen erstmal mit den anderen Sachen weiter. Ja, und den Koffer machen wir dann ein bisschen später. So, einmal noch mal Kontrolle, ob der, ob die andere Kamera tut. Ja, tot, 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 tot. ok das ist irgendwie noch so dass das wird schon besser mädchen so schön im koffer nicht umfahren das sind die leckerchen für dort martin wir haben acht aktuell 86 zuschauer und 23 likes so hat übrigens ich weiß bin etwas zu früh habe letzte woche meine panda panzerwelser aufgestockt und gerade habe ich gesehen dass ein jungtier ganz glas ist weißt du was ich machen kann um ihm zu helfen du hast ihn ja wohl hoffentlich in der quarantäne ja hoffentlich hoffentlich so wie sich das gehört und also wie gesagt ich gehe mal davon aus dass du dass du das tierchen in der quarantäne hast damit auch reagieren kannst ansonsten ist es im normalen aquarium schon dann was willst du da tun genau beobachten ob das möglicherweise eine hautinfektion ist eine schlammhaut infektion du solltest ganz schleunigst hingehen und solltest dir so einen kübel aus dem baumarkt oder von ikea holen wir sind so eine durchsichtige box damit zumindest jetzt kurzfristig eine quarantäne einrichten kannst damit damit du möglicherweise behandeln kannst ja also in diesem falle also ist die frage ich würde ihn erst mal eine weile beobachten ich würde vielleicht zur unterstützung vitaminpräparat füttern also irgendwie das futter in vitaminen mit vitamintropfen anreichern und und wie gesagt abwarten sollte sich die situation verschlechtern und der möglicherweise so nach so eine art belag ausbilden dann muss man liegt in der quarantäne und dann musst du ihn mit 2000 oder oder vergleichbaren produkten behandeln ja dann ja bei pandas ist das leider gottes häufig so dass die mittlerweile auch erzüchtet worden sind da ist also sehr häufig gibt es da probleme mit den tieren was also eigentlich nicht nachvollziehbar ist weil der panda ist eigentlich eigentlichen selbst in den muslimen hammer extra tot schlagen ursprünglich zumindest ja schade schade aber so lange ja das wollte als verbraucher ja auch letztendlich tun wenn du die die aufzucht nicht kennst und dann ins geschäft gehst und holst dir scheinbar gesund aussehende tiere und dann hast du drei tage zu hause und dann fallen sie der tod um das ist habe ich kann auch gerade bei panzer will so ein liedchen von singen gerade auch bei pandas glaube ich oder wann das juli ist aber dort ist doch mal in dem einen becken hattest du doch mal meine von pandas von annette ich weiß nicht ob es anders irgendwas in der richtung ja ja die wind auch nach ein paar tagen fing die an zu kippen wie die fliegen also das ist leider gottes in letzter zeit keine seltenheit so solarium wo ist ein solarium für den weißen panda ja ja das kann man sich auch probieren kann ein solarium auch nicht schlecht nicht schlecht der martin hallo achim und die noch kommen ja schön dir auch hallo zusammen jota achim hallo joachim und hallo an alle neid ping nabend julian da für julian honda bettina thunderfox severin mücke herbe laufende annuschka aber laufende muss ich immer daran denken dass ich noch unbedingt die die dinge rausschicken muss die gewinne bin ich noch nicht so gekommen die tage ging es mir echt ein bisschen bisschen kage und so viele moren aber naja kommt ich hoffe dass der morgen hinkriegt blähton nein verpflanzen das war für pflanzen der ralf arne gabriele ist da ich glaube ich muss hier auch mal aus dem samstag chatten mitgliedern mit mit mitglieder ihr habt eine überschrift gesehen vielleicht habe ich vorhin erst da habe ich leider es heute abend geändert erweitert das hat man schon mal es gibt seit kurzer zeit gibt es eine eine neue live stream funktion und zwar richtet die sich also ganz speziell an kanal mitglieder und es ist also so dass quasi ab sofort oder schon seit 14 tagen oder was kanal mitglieder die länger als ein monat mitglied sind dass die einen kostenlosen beitrag schreiben können also ohne dass man dafür also einer der exponiert dargestellt wird ja so wie die wie die beiträge die man quasi per super chat oder super sticker kaufen muss ja also jeder der länger als einen monat kanal mitglied ist hat die möglichkeit einmal im monat also einen frei beitrag zu schreiben ja ich weiß jetzt nicht wie man die option findet ich nehme an das wird auch hier unter dem unter dem chat fenster sein und ja keine ahnung wie also da bin ich jetzt noch etwas überfragt da habe ich noch keine informationen wie das technisch ausgeführt ist also von der technischen seite und also wie gesagt fabi das stört alles ich habe mir mal die alten streams alle angeguckt da wurde im hintergrund irgendwas gemacht dass das hat also massiv das kann natürlich sein dass das jetzt nicht mehr so mit deinem mit deinem road hat das aber auch gestört ich denke das kriege ich jetzt dorthin ansonsten schreit ganz laut die kamera muss ich extra ausmachen muss auf jeden fall extra aus eigentlich dass die kann nicht anbleiben sonst funktioniert das mit und zieht die nicht ein und das geht nicht die darf doch nicht die auch gar nicht dran so wie du schöne grüße so wo man jetzt stehen geblieben ach so ja also wie gesagt gesagt ich hoffe die funktion ist euch klar oder ihr findet die ich wie gesagt ich kann es jetzt ich weiß jetzt nicht wo die sitzt aber das sollte sich herausfinden dass einer von euch hat es ja schon letzte mal oder vorletzte mal geschafft und so das ist die funktion so jetzt gucken wir noch mal nach ob bei euch noch irgendwo was ist frank guten abend andreas lenny mario ide wir gehen ist da in julia haben wir schon david kallas auf leg malawi ist auch da da wird es auch am start die auch guten abend ja fabi schützt schon wieder weg tageslicht simulation solar guten abend anita guten abend an alle gute hallo jachim fabi und einen schönen abend der community auch wenn heute mein geburtstag ist herzlichen glückwunsch von meiner seite gute ich frage nicht wie alt geworden ist mache ich nicht auch wenn heute mein geburtstag ist bleibe ich dann samstagabend stream treu liebe grüße von ute lutz und katze lili ja und mein hund hat auch noch was dazu zu sagen mein gott du bist so eine verfressene rolle du machst jetzt nichts mehr ohne ohne dass das so leckerchen dafür krist noch mal platz jetzt muss man moment ruhe sagen da hat jemand schon die funktion gefunden da hat jemand schon die funktion gefunden das ist gut rw mitglied seit neun monaten ihr findet die funktion bei dem gold zeichen bei dem geld zeichen zum spenden ok alles klar also direkt daneben oder oder muss man auf das auf das monat auf das dollar symbol klicken kregen wahrscheinlich der christian jörg einfach axel moment oder die da da ist der axel guten abend achim und aquaristik freunde danni angie hat nur schon axel der anita in die usko ist das für den hund oder das herrchen das hier habe ich jetzt gerade klein geschnitten der arme hund kriegt ja sonst nichts zu essen das ist ja so ein armer hund hat es auch gefunden mitglied seit elf monaten klappt super super und ist natürlich bei der gelegenheit natürlich für die noch nicht mitglieder natürlich als anreiz gedacht da auch mal mitglied zu werden ich war für 1 99 im monat ich glaube das ist ja schon alleine dieser eintrag wert der ronnie mitglied seit vier monaten klappt ja supi 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 der marcus könnt ihr das testen nicht vorher machen hallo wenn sie hat gesagt dass wir waren sofort dann knapp ja der fabi musste ja noch ein paar umbauten machen und und dadurch dass der rechner jetzt vom netz war ja da endet der alte rechner der der zig total rum der zick dem moment immer mehr rum und der met sich nichts mehr herz nimmt sie vom netz ist ende dann fängt der brauche eine halbe stunde um den hoch zu fahren da musst du drei vier fünf mal hoch fahren damit er überhaupt vernünftig läuft ich meine ich würde dir das gerne ersparen aber manchmal geht es halt nicht anders und ich denke mal das ist möglich dass man das dass man da ein auge zudrückt oder fände ich gut gut da bin ich jetzt wieder über das ziel hinausgeschossen der peter jürgen graf zusammen und die rote alles gute zum geburtstag joachim singt ihr bestimmt ein ständchen liebe grüße ja ich meine ich kann es ja mal versuchen aber dann können wir gleich aufhören dann seid ihr alle weg wenn ich anfangen zu singen dann seid ihr alle weg obwohl obwohl ich als kind oder jugendlicher im chor war ja ich war im chor aber ich meine zu der zeit hat der musiklehrer schon immer gesagt wer kriegt es da so der christian mitglied seit 15 monaten also so geht das aha so geht das genau ja seit 15 monaten du bist mein zweitältester mein zweitältestes kanal mitglied ja und mein mein top sponsor ausmann ich weiß nicht ob ihr das jetzt recht war aber muss auch mal gesagt werden also das ist schon echt klasse david ist es schlimm wenn ein neu eingehtes aquarium seit dem fünften tag der einfahrphase muss ich riecht wurde schon deutlich besser habt das gefühl dass das morgkin holz verantwortlich ist ist das schlimm also wenn das wasser muss ich riecht riecht ja dann ist das dann nicht das irgendwo dann dann verrottet irgendwo was ja das ob das jetzt ob das jetzt das holz ist oder ob das irgendwas anderes ist oder irgendwelche pflanzen verrotten das müsste man natürlich erstmal rausfinden aber wie gesagt das ist eigentlich ein zeichen davon ja und das dort irgendwo miss hinein jetzt ist schluss machen wir platz weißt du nicht mehr wie das geht nach platz ja ich weiß dass dir das nicht gefällt weil da liegt noch was ich weiß was habe ich gesagt was habe ich gesagt was habe ich gesagt geht doch mein hund hat auch sorgt wenn ihr uns erste zweite oder dritte dann vielleicht vierte und fünfte oder sechste da wird das holz war neu und lange trocken gelagert hallo madame was habe ich gesagt okay der jens nabend noch der andere jens habe jetzt seit einer woche no2 peak und no3 wert von jenseits der 200 sollte ich da mal einen wasserwechsel machen sind auch keine tiere drin nur schnecken also normalerweise brauchst du dann gar nichts machen solange keine tiere drin sind als ich meine schnecken macht das wahrscheinlich nichts aus ansonsten würde ich sagen da brauchst du gar nichts zu machen du lässt das einfach laufen und hast du ja mehr nahrung für die bakterien und normalerweise geht das dann zumindest nicht langsamer ach ja dass das aquarium einfährt also ich würde jetzt in dem fall überhaupt noch kein wasserwechsel und ich war nach fünf tagen schon nitrit peak und dann besteht die chance dass auch relativ schnell schnell wieder weg ist ja ich weiß ja auch nicht warum warum du nitrat von jenseits von 200 hast ich meine hast du da irgendwie gedüngt oder irgendwas so das soll drin oder das ist jetzt natürlich auch noch die frage und rosa cusco et ulit gute michael endlich mal wieder läuft dabei ja freut mich schön der alex wunderschönen guten namen zusammen ja hier auch der jens bin zu blöd zum mitglied werden welche knöpfe muss ich drücken und am stream ist ein button da steht mitglied werden drauf da musste drauf drücken so und dann kannst du da auswählen welche der drei vier vier mitgliedschaft optionen du dir wünscht recht du nehmen möchtest da klickst du dann entsprechend drauf und weiß nicht wie es dann weitergeht ob du dann irgendwie bankverbindung oder paypal oder was auch immer angebieten muss angeben muss und ja aber das sollte eigentlich kein problem sein wenn die aquariumverein ist erst echt eine bereicherung kann ich nur empfehlen ja ich sag mal entweder also die meisten waren erfahrene die ich kenne oder kannte die haben einmal im monat ein eine mitgliederversammlung ja und da treffen sie sich und dann haben sie entweder programm oder kein programm ja entweder ein lockerer bei unserem verein hieß das klönschnack ja also so ein blubber so ein laber abend erfahrungs austausch und was weiß ich oder halt programm jahren also da gab es entweder ein dir vortrag oder referenten oder oder was auch immer ja war also nicht uninteressant noch mir sehe sie ist auch da der axel ist passt wieder gesund sagt er lito grüße euch also als trockene ärmel und ein haufen an tüchler der peter hat einen super chat da gelassen hallo achim schön dich wieder lachen zu sehen bleibt uns bloß noch lange erhalten du bist ein von der müsste das hier dass ich mein monster monitor hier nicht nicht vor der nase ab das irritiert mich echt massig aber ich muss mich auch daran wieder gewöhnen fabi hat gesagt der ist aus und der blatt aus der kommt hier auch nie wieder dran weil ich hatte nämlich schon überlegt weil das ist ja so ein echte energie schleudern also so energieklasse xyz irgendwo da unten also noch so ein richtiger echter plasma monitor also nur plasma fernseher von 50 zoll ja und der schluckt im trockenen zustand glaube ich schon wenn er aus ist glaube ich schon 450 watt also von daher war aber aber der war geschenkt und und hatten hat mir hier gute dienste geleistet erst fand ich ihn auch blöd da ich mich so schnell an das teil gewöhnt und dann wollte ich denn jetzt eigentlich nicht mehr missen aber naja gut jetzt haben wir es halt anders hier aber das war das was fabi so richtig gestört hat und irgendwie hatte ich das gar nicht auf dem schirm dass ihnen das teil so nervt weil dann hätte ich schon nichts gesagt kommen was das ding auf dem weg weg tun weg geben oder was auch immer mutter arztmuseum oder ich weiß nicht naja auf jeden fall kriegt er nicht wieder jetzt muss ich hier mit den kleinen monitoren leben und manche sachen kann ich jetzt auch schwerer lesen aber naja gut die verbindung ist mal wieder ich sag mal nicht mehr so einwandfrei die zappelt hier auch ganz schön hin und her youtube sagt ist zwar eine gute verbindung sehr gute verbindung aber aber ob es sagt verxelt hier zwischen gelb und und rot ich hoffe es gibt keine probleme so der alex bin schwer enttäuscht von wird er sollen sie badak er sollte eigentlich nicht aufwerten macht er aber trotzdem habe ihnen das wasser und der leitwert schoss auf 60 60 mikro siemens ich fasse es nicht das ist aber nicht viel das ist aber nicht viel gute joachim ist kein geheimnis 59 jahre aber ich werde immer viel jünger geschätzt das gut das ist gut 59 das ist gut so alt ist mein würdchen auch noch 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 die hat und die hat heute geburtstag ja 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 die hat heute geburtstag schatzi falls du rein zufällig zu gucken solltest herzlichen glückwunsch sorry man scheiße 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 man wie kann ich das wieder gut machen kann ich das denn wieder gut machen die hat heute geburtstag dies heute wird heute 60 genau heute 60 ja ich werde im januar ja nun mal schon wieder 62 alter sack alex hat mich schon gewundert warum ich den leitwert im neuen becken nicht runter bekommen aber 60 ist doch wirklich nicht die welle da kann es auch fast alles drin halten und züchten ich meine bei einigen von den von den pracht kuram ist da könnte es ein bisschen eng werden bei 60 also da einige die mussten wirklich unter und auf unter 50 halten aber sonst kannst du alles da halten nutze den in mehreren bis becken bis härter nicht aufgehärtet ja aufhärten und aufhärten ja also aufhärten tun viele dinge von denen du es nicht glaubst selbst normaler kies kann aufhärten indem er in dem man zum beispiel silikate abgibt ja also auch bei kies kannst du nicht sicher sein dass da nicht noch was rauskommt und naja jens nein kann läuft jetzt seit sechs wochen habe es wahrscheinlich zu gut mit dem dünger gemeint auch das kann sein ja da muss ja wirklich vorsichtig sein der ist ja also normalerweise wenn das becken einrichtet ist ja dann brauchst du noch kein dünger aufruf für das denn da kannst du besser und bodengrund zusatz darunter machen hier und wenn man abmann mein group oder das oder das eisenoxid wenn du das andere nicht nehmen willst und als das da schon mal die wassersäule zu dünnen das macht eigentlich keinen sinn ja dann kannst du freuen wenn du sowas vor hast aber wie gesagt wenn du siehst dass der nitritpeak langsam dem ende zugeht dann würde ich da also bei 200 milligramm nitrat vielleicht so doch so langsam ein klein bisschen wasser wechseln oder mehr pflanzen einsetzen der hans schönen guten abend beisammen ja warum hast du bitte nicht auf meine nachrichten reagiert ich wollte eigentlich dass wir heute dein becken hier vorstellen ja das war eigentlich für heute geplant und du hast aber nicht geantwortet schade also dann habe ich gestern abend um 10 halb 11 ich nicht habe ich dann mich entschlossen dann doch hier den das testlabor vorzustellen schade ich weiß nicht wann der farbe jetzt in nächster zeit wieder zeit hat also das wird die nächste zeit dann ein bisschen schlechter werden aber irgendwie kriegen wir das schon mal hin platz 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 man sich zum teil im wasser lösen und dann kommt es natürlich auch zu einer leichten aufwertung ja was heißt aufwertung auf salzungen immer so ist doch nicht man unbedingt muss nicht eine aufhärtung sein an und schreibt mal schnellen gutschein für deine süße gutschein was für gut schon solche den schrauben keine ahnung keine ahnung weiß ich nicht wie echt jetzt du musst dir was einfallen lassen ja allerdings da muss mir noch was einfallen alex im becken ist er dann bei 250 auch auch nicht schlecht meine neuen lieblinge brauchen ein leidwert unter 100 zur zucht okay was hast du dafür neue lieblinge zombie hallo hallo zombie hat die nachricht zurückgezogen der andre moin hans ich habe keine einzige nachricht bekommen über skype geschrieben was ja ich hatte auch so viel zu tun dass ich wollte erst anrufen und dann nach irgendwie bin ich zunächst gekommen die letzten tage und gestern ging es mir so scheiße da da ging gar nix der alex ich bin auch so ein spezialist im kuburztage vergessen ja vorgesagt mir noch dran gedacht aber heute zack was scheiße 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 und ich habe mir extra noch die genehmigung eingeholt ob ich heute den stream machen darf ob sie das stört weil wir machen ja eh nix noch wir haben keine gäste wir haben gehen nicht essen gar nix alex ich habe fünf kleine die krossos makulatus bekommen ach so von wurde die bilder gezeigt das stimmt aber ja die ob die wirklich unter 100 gezogen werden müssen die frage noch das ist die frage moment habe ich jetzt hier irgend sehen irgendwo irgendwas vergessen ach ja und christian den 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 super chat habe ich vergessen dass das denn vielen 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 dank christian wieso habe ich den kann noch gar nicht sein aber naja sorry so und vom daniel auch ein super chat danke 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 das freut mich hans macht nix ein anderes mal müsste mir da sowieso ein paar tage vorher ausrüstung ausbogen und so weiter ok ja gut das war jetzt dann vielleicht wäre sowieso zu kurzfristig gewesen der alex her wie was ist denn im kräutertee noch drin so so paar tage vorlaufzeit ja verstehe ich das verstehe ich ja so ja sieht so aus als wenn im moment von euch nichts kommt dann gehen wir doch mal in wie heißt das medias res oder zur sache so also noch mal um diesen koffer geht es heute der pro aqua test oder das pro aqua test lab marine von jbl ja ihr seht das ist also da ist also schon ordentlich was drin ja und das ist ein verdammt großer koffer hinten sind mehrere anleitungen kurz anleitung und ihr seht ja auch ein paar warnhinweise also ich denke mir dass da ein paar von denen und den test reagent nicht ganz ohne sind ich habe wie gesagt noch nicht reingeguckt also hier schreibt ja auch extra dass die tests also auch einzeln erhältlich sind also falls ihr da mal falls ihr an sowas interessiert seid und da geht mal der eine oder andere test aus und testet ja nicht alles gleichmäßig dann kriegt man die also auch geht doch so jetzt gucken wir doch mal rein so und jetzt noch mal das mal anders ich werde mal ein bisschen platz machen so etwas habe ich doch wirklich was habe ich doch verschoben kleinen moment müssen wir reparieren so das werbefenster ok so sollte ich mal um mal gucken ob das reicht das ist ja genau falsch rum ist ja so blöd so sieht das aus die eine hälfte ja also hier sind anleitungen farbtafeln die diversen test röhrchen messspatel ja hier hast du noch was ich komme jetzt nicht drauf und hier noch mal auch noch ein das ist ja doch nicht ganz voll aber macht ja nichts das macht ja gar nicht so das ist die das ist die das ist die zweite seite sieht schon ganz ordentlich aus agnesium kalzium kupfer ausfahrt und zwar die das ist da ist die sensitive version drin das heißt die ist für sehr niedrige phosphat werte ammonium nitrit nitrat sauerstoff carbonat hätte h 7,4 bis 9 silikats ob es fünf mal silikats okay also schon ganz ordentlich was drin ja ich möchte jetzt natürlich nicht hingehen und quasi alle tests einfach mal durch machen dann sitzen wir morgen noch dran ja das werde ich nicht tun aber was ich auf jeden fall machen werde ist ein paar oder ich sag jetzt mal mehr wasser spezifische tests werde ich einfach mal durchführen und zwar denke ich da hier an magnesium an an calcium das brauchen wir jetzt auch noch dringend ja hier dass der böse staub silikat ja den werden wir auch mal einfach spaßeshalber messen aber ihr wisst ja was ich davon halte von silikat von dem von der silikat panik im süßen mehr wasser die da seit einigen jahren ganz schwer kommen ist ja nicht mehr die ist ja schon lange da diese panik also da halte ich überhaupt nichts von und da habe ich auch schon oft genug zum ausdruck gebracht ja zum silikat habe ich auch schon mal ein video gemacht und von daher denke ich mal ist da alles eigentlich zugesagt aber einfach der vollständigkeit halber und auch einfach mal für euch einfach mal zu zeigen dass ich hier wirklich nur bogus leitungswasser reinpacke werden wird es einfach gleich mal messen und einfach mal gucken wie viel silikat denn jetzt einfach noch drin ist ja ich habe selber also nur der wert interessiert mich nicht also mich interessiert nicht wie viel drin ist sondern ich sage mal aber nicht aus panik dass ich mit silikat nichts anfangen könnte also dass das nicht sein darf also völliger völliger nonsens ja aber wie gesagt magnesium calcium sag mal das sind in erster linie die wichtigsten reagenzien für mehr wasser und natürlich phosphat nitrat ja auch sehr sehr wichtig kupfer eigentlich eher wichtig für also fürs ausgangs wasser ja um das zu kontrollieren carbonat hätte natürlich auch für die korallen für steinkorallen sehr wichtig sollte irgendwo zwischen 7 und 9 liegen im meerwasser sauerstoff gut zu haben ja kann man auch mal messen nitrit sollte in einem laufenden funktionierenden becken eigentlich kein thema sondern genau wie ammonium ja dass die beiden tests sollten eigentlich keine rolle spielen ja ph die frage ist wie weit da ein tröpfchen test für mich noch interessant ist soll wie gesagt ich habe ich habe ein digitales messgerät und das muss ich nur halt noch mal neu kalibrieren und dann arbeite ich eigentlich persönlich lieber mit dem elektronischen messgerät was einfach bequemer ist aber ansonsten wie gesagt wir werden jetzt spaßeshalber mal kalzium und magnesium messen ja so einfach mal gucken muss was hier noch ist das ist das ist die anleitung vorher schon ganz schön umfangreich also schön russisch steht auch da habe ich schon gesehen ja das russisch das ist das auch noch thermometer noch drin ein thermometer ein kugelschreiber zu notieren weil hier ist ja hier ist hier ist also auch kein eine natürlich genau das richtig rum ja hier kann man also die die werte quasi noch mal notieren also wenn man da einfach mal eine messreihe macht um zum beispiel abzuchecken wie viel verbrauch hat das becken jetzt von zum beispiel kalzium oder carbonat härte und so weiter um da mal eine messreihe zu machen damit man quasi irgendwo so ein wert für die für die nachdosierung bekommt also so eine richtung dafür ist sowas natürlich genial ansonsten ist es natürlich wichtig zu wissen wie sollten die werte wie sollten sie aussehen und danach dann braucht man die eigentlich nicht zu notieren so was haben wir denn da kalzium und magnesium ist also so das sind das sind die die testmöglichkeiten bei kh und geh kennen wir ja geh ist ja wohl im meerwasser ziemlich uninteressant das würde sich ja doof messen obwohl eigentlich auch nicht aber hier geht es um um den farbumschlag jahr von blau nach gelb gh von rot nach grün kalzium von rosa nach blau und magnesium von rot nach grün so und hier ist dann auch gleich direkt die magnesium messung obwohl das ist die süßwasser das ist richtig hier sind alle straßen und hier ist 3 bis 10 ph 6 bis 7,6 7,4 bis 9 das ist quasi die für mehrwasser und auch für afrikanische barsche hier haben wir n h 4 n o 2 n o 3 d o 4 sensitive ja wobei das sensitive kommt mir aber ein bisschen bisschen unsensitiv vor der unterste wert ist unter 0,5 danach kommt schon direkt 1 also ein milligramm pro liter das erscheint mir also nicht sehr sensitive zu sein das ist immer die karte auf der rückseite ok dann sieht das anders aus unter 0,02 0,05 0,1 0,2 0,4 ok silikat geht bis sechs oder über sechs also das sind wie gesagt das sind also alle auch die süßwasser karten bei das ist die sauerstoff karte co2 co2 test ist auch direkt mit drin also nicht im koffer aber auf jeden fall so jetzt wollen wir doch mal schauen welchen wir haben wir doch einfach mit silikat an oder dann schauen wir mal was der silikat test sagt so so dafür nehmen wir mal die delikatere agenziellen nehmen wir mal raus und hat wieder rückwärts niesen das ist so das haben wir erst mal was brauchen wir noch spritze ein messlöffelchen und den komparator brauchen ja komparare lateinisch vergleichen ja also den vergleicher damit wird also gleich die die möglichkeit dass auch das wasser schon mit grundfärbung besitzt wird damit direkt kompensiert deswegen ist das komparator so jetzt haben wir mal nichts alter doch stelle ich mal eben ohne euch und hier ist das aus dem aquarium so so die anleitung sagt 2 x 5 liter 2 x 5 liter pro gläschen wenn euch das alles zu langatmig wird dann dann könnte er theoretisch könnt ihr natürlich auch warten bis ich den bis ich den den auszug aus dem stream fertig habe ich weiß nicht dass direkt mache oder ob ich da ob ich ob ich damit noch ein bisschen warte so silikat 1 also immer daran denken dass er die vorher noch einmal kurz durch schüttelt ja damit sich falls das sich entmischen sollte hier ist eine kindersicherung also drücken und drehen jetzt habe ich natürlich schon rum gesaut hier der wird aber wirklich gut das geht nicht auf doch ist doch offen warum sagst du es nicht gleich das habe ich jetzt hier die hüfte weg geschüttet dafür ich habe mich nicht zu versaut einmal einmal hier ein bisschen weg machen das war jetzt natürlich keine bombenleistung hier von mir so da kommen 10 tropfen von 10 tropfen ok 10 tropfen 10 tropfen 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 so jetzt müssen wir drei minuten warten drei minuten das ist 21 uhr 6 ok das bedeutet also die comparator flüssigkeit also die nummer eins die brauchen wir nur einmal bei der gelegenheit einfach was sagen wir da und wir einfach und kalzium mit raus so bei kalzium haben wir auch einen werden wir wahrscheinlich die becher verbrauchen das ist silikat magnesium da haben wir magnesium und 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 also ich gehe mal davon aus dass magnesium genauso funktionieren wird wie also fresh water wie süß wie marine water nach von daher so da brauchst du auch vergleichs vergleichsröhrchen nehmen wir einfach noch mal zwei messflächen raus so verbrauchen wir für kalzium zumindest brauchen wir auch ein so in der zwischenzeit sind auch die drei minuten rum das heißt wir machen einfach mit dem silikat den haben wir dann sofort den haben wir dann sofort so sind wir beim silikat so jetzt brauchen wir davon also doppelt der ist doppelt der andere ist auch doppelt ok da braucht man doch ein paar mehr davon so da brauchen wir auch zehn tropfen von 1 2 3 4 5 6 7 8 10 und da müssen wir wieder drei minuten warten so jetzt haben wir zumindest von den anderen sachen schon mal die die teile raus die gebrauchen ich bin richtig zugemacht ja so 21 uhr 12 so magnesium 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 hier so da brauchen wir auch 10 ml auch 10 ml auch 10 ml auch 10 ml so zehn milliliter dann brauchen wir und der reagenz 1 brauchen wir sieben tropfen wieso haben wir jetzt zwei mal zwei wir sind im jahr von 3 der märklich so so hiervon brauchen wir sieben tropfen 67 ja da habe ich ein bisschen irritiert da bin ich jetzt etwas irritiert so 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 Und jetzt etwas irritiert. Vielen Dank. Das irritiert mich jetzt ein bisschen, liebe Leute. Achso, das eine ist, darum geht es nur um die... Da geht es um den Farbumschlag. Wahrscheinlich Tröpfchen testen bis zum Farbumschlag. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Ja. 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 Vollkrat pulver. Es muss eine kleine sparte, ein kleiner sparte zusammen. Ich habe gelernt, da müssen gehäufte sparte in. so ein gehäufter spartel so einmal schütteln und dann noch mal drei minuten warten das wäre 20 nach so wie gesagt ich bin jetzt ein bisschen geschwitzt so und ich doch so 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 Vielen Dank. Alles von vorne bis hinten, was ich da gemacht habe. Also hiernach ist es so, dass 5 Milliliter, also 5 Milliliter in das Gefäß, in das Messgefäß füllen, 5 Milliliter. Und dann 5 Tropfen vom Magnesium-Reagenz 1 und durchschwenken mischen, 1 Minute warten. Magnesium-Reagenz 2, tropfenweise zugeben. Nach jedem Tropfen schwenken und Tropfen zählen, bis ein Farbumschlag von Rot über Graubraun nach Grün erfolgt. Anzahl der benötigten Tropfen mal 120 ergibt die Summe der Gehalte Magnesium plus Calcium in mal Milligramm pro Liter. Beispiel 14 Tropfen Magnesium-Reagenz 2 gleich 1680 Milligramm Calcium plus Magnesium. Nach Abzug des Calcium-Gehaltes von diesem Wert erhält man den Magnesium-Gehalt. Beispielsweise Calcium-Gehalt 400 Milligramm pro Liter 1680. Abzüglich 400 ergibt ein Magnesium-Gehalt von 1280 Milligramm. Hinweis wird ein genaueres Resultat bei der Bestimmung der Summe Magnesium und Calcium gewünscht. So verwendet man 10 Milliliter-Proben Wasser bei Punkt 2 und multipliziert die erhaltene Tropfenzahl bei Punkt 5, Mitte 60. Alle anderen Schritte wie beschrieben. Also bedeutet das, ich habe jetzt quasi die feinere Messung genommen, habe also 35 Tropfen gezählt, 35 mal 60, kann ich mehr rechnen, 35 mal 60, mal 6 sind 53, Moment, Moment. 95, 1050, 2000, 2100, 2100 erscheint mir doch ziemlich hoch zu sein. Kann natürlich sein, dass ich mein Tatterich jetzt hier nicht ganz präzise Tropfen da reingedrückt habe. Da werde ich mir wahrscheinlich, also um hier ein genaueres Ergebnis zu bekommen, werde ich wahrscheinlich nicht drumherum kommen, mir quasi ein anderes Test, eine andere Testmöglichkeit zu besorgen. Oder regelmäßigen, wie heißen die ICB, ICG. Also wie gesagt, so ein Labortest machen zu lassen. Also was habe ich jetzt gesagt, 2100, das erscheint mir sehr, sehr hoch zu sagen. Und das stimmt doch so nicht. So, jetzt wollen wir mal gucken, was sagt Silikat. So, Silikat. Sagt. Silikat sagt, du lügst, sagt der. Der sagt, du lügst. Und zwar, da brauche ich gar nicht weiter gucken, das ist die unterste Stufe. Also ganz eindeutig unterste Stufe, das heißt, unter 0,1. Also unter 0,1 bedeutet, dass es erheblich weniger als dem Leitungswasser enthalten ist. Und somit wird hier Silikat definitiv verbraucht. Ja, also von daher, überhaupt kein Problem, überhaupt kein Thema. Also damit haben wir diese Silikatgeschichte schon mal von der Welt aus der Welt. Also kein Mensch braucht eine Silikatentfernung. So, da haben wir die, haben wir das Getropfe gemacht. So, jetzt wollen wir mal gucken, was die Tante Kalzium sagt. Kalzium, also das hatten wir ja gerade. Kalzium. 5 Milliliter Probewasser in das Gefäß füllen. So, 5 Milliliter. So, das ist das eine. 5 Tropfen. 1, 2, 3, 4, 5. So, wie angekündigt, eine Minute warten. So, und ich kann in der Zeit noch mal eben ein Schlückchen nehmen. Und zwar mal ins Becken glotzen. Also heute geht die Lederkorale wieder ein bisschen auf, aber die tut sich ein bisschen schwer, da den Film abzustoßen. Die Gorgoni ist heute wieder schön offen. Das Bäumchen ist schön offen. Das hält sich auch da, wo ich es hingesetzt habe. Also eine Krustenanemone, also eine zu Anthos, verabschiedet sich hier definitiv. Und der, die will nicht mehr. Dann eine andere, die da hinten, wird sich wohl auch verabschieden. Dann hier so eine ganz kleine Art. Die wird immer kleiner. Ja, und die Fadeneugen werden, also jetzt kommen sie langsam, jetzt kommen sie mit Macht. Ja, also da passiert jetzt definitiv was. Und das ganze Becken ist am Blubbern. Überall Sauerstoff. So. So, jetzt von dem Pulver, von dem Präagenz 2. Ja. Das wollte ich eigentlich nicht. Das ist also wirklich wahnsinnig voll, dass der Behälter. Und da kommt erstmal massig raus. So, jetzt kommt davon ein kleines Messlöffelchen. Schlösslöffelchen. In. In. In das. Teströhrchen. Oh. Ich befürchte, dass das Kaliumpermanganat ist. Das so ein bisschen schwenken. Dass sich das komplett aufgelöst hat. Und es geht direkt weiter mit mit Reagenz 3. So, und da sind auch wieder die Tropfen zu zählen. Und die Anzahl der Tropfen mit 20 multipliziert ergibt den Kalziumgehalt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 20, 22, 23, 25, und jetzt haben wir den den farbumschlag zum blau das heißt 25 tropfen mal 20 sind 500 milligramm und 100 milligramm so das bedeutet letztendlich dass wir sowohl vom kalzium als auch magnesium deutlich zu viel im beckenraum deutlich zu viel das verwundert mich also doch jetzt ganz erheblich so ich werde jetzt mal die finger waschen weil ich habe nämlich bei der gelegenheit habe ich mir nämlich habe ich was an die finger bekommen ja und jetzt sollen nicht ganz gesund für die haut sein ja die sollen die haut verätzen und daher bitte leute eigentlich bin ich ein schlechtes beispiel also normalerweise sollte man bei der verwendung dieser messreagenzien sollte man schutzhandschuhe tragen und auch eine schutzbrille mein gut ich habe eine brille auf war keine schutzbrille aber zumindest hier gummihandschuhe beziehungsweise hier so nicht viele handschuhe oder sowas sollte man auf jeden fall tragen so dann haben wir also schon mal als magnesium und silikat gemessen und dabei festgestellt dass so silikat quasi nicht nachweisbar ist ja von daher also dieses geschlunsel mit dem mit dem silikat der silikat panik eigentlich totaler humbug ist ja weil silikat halt ist auch ein essentieller stoff der gehört ins in jedes gewässer der damit stabilisieren zum süßwasser die pflanzen ihre ihre stänge und ihre zellen ja und im süßwasser wird das vermutlich ähnlich aussehen bei den algen einige schwemme und 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 auch selbst die fische benötigen silikat unbedingt zur zum aufbau ihrer ihrer körpergerüste ja also kalkschwimmer also kiesel schwemme zum beispiel bauen daher ihr gehäuse der wiebe raus und fische brauchen das also auch für die für die wenn auch vor der gräten ja also von daher das ist also wie gesagt völliger um unsinn silikat verteufeln ja und wie gesagt wir haben sie jetzt gesehen also quasi kein silikat nachweisbar so ich möchte jetzt nicht tiefer in die einzelheiten des kopfers eingehen aber ich sag mal der koffer ist also wirklich komplett da ist alles drin was man fürs meerwasser braucht ja für die für alle wichtigen messungen im meerwasser gibt natürlich auch diverse spuren elemente und so die wir natürlich so in der form nicht messen können so jetzt habe ich erst mal wieder und wie gesagt die also einige sachen kann man können wir nicht messen ja und dafür dafür gibt es den icp test damit der ist zwar kostenpflichtig und ist auch nicht ganz billig ja da gibt es teilweise aber auch staffel preise und da ist es so dass man dass man also da auch ein paar euro sparen können sparen kann aber ich sag mal so hin und wieder so einmal im vierteljahr vielleicht am anfang wenn das becken noch relativ neu ist macht sinn vielleicht zum test sogar einmal im monat zu machen aber wenn das becken schon schon an ein bisschen länger im gang ist dann reicht es vermutlich aus da ein vierteljahr mal so ein icp test machen zu lassen ja so das ist im grunde zu dem koffer zu sagen habt ihr noch fragen dazu ist aber nächste woche samstag werde ich dann wahrscheinlich den zweiten artikel von nordberg vorstellen den den jbr zur verfügung gestellt hat und da kann ich also jetzt schon mal sagen das ist ein spezieller magnet scheibenreiniger ja und also ganz besonders auch für meerwasser aquarien geeignet ja seit gespannt so ich habe gesehen es sind doch einige leute weniger geworden war wohl doch ein bisschen langweilig das ganze auf jeden fall jetzt da also auf jeden fall in absehbarer zeit ich denke mal das werde ich sogar relativ kurzfristig machen jetzt da noch mal einen auszug von geben also ein aufbereiteten auszug ja der so ein bisschen nicht so langatmig ist und ja dann was weiß ich noch wie gesagt ein bisschen auf war aufgearbeitet ist wie ich das eigentlich immer in den auszügen mache ja so jetzt wollen wir gucken ob von euch ob ihr noch irgendwelche wünsche habt oben stehen geblieben hier malte guten abend ich habe lange nicht die zeit gehabt zuzuschauen ich würde gerne wissen ob du ein dokument irgendwo hast wo ich sehen kann wie ein ausgeglichenes filterloses aquarium betreiben kann ich denke mal da solltest du relativ konzentriert alles finden was du hast du dafür brauchst ja also das sollte eigentlich kein thema sein also ein dokument in dem sinne habe ich glaube ich nicht nur so da hat er mal der dieter schon was gezeigt usko kann man da differenzieren welche tests man wirklich regelmäßig braucht ja was das differenzieren also bei dem koffer da ist natürlich vorgegeben was drin ist ja also das und ich finde mal kurz vorlesen was drin ist ja da habe ich nicht gesehen naja stimmt doch nicht stimmt auch nicht es ist drin kahl ammonium nitrit nitrat sauerstoff silikat ph 7,4 bis 9 phosphat sensitive calcium magnesium und kupfer ja und es sind dann noch ich glaube 5 freie fächer also wenn du noch weitere tests brauchst die in dem koffer nicht enthalten sind dann kannst du wieder zu kaufen aber ich glaube nicht dass da so viele noch noch fehlen können also speziell was was mehr wasser angeht ja was könnte denn da noch fehlen ich jetzt nicht was da noch fehlt also meines erachtens ist der zumindest für mehr wasser komplett alles drin was wir was wir messen müssen ich meine gut wenn du noch kalium messen willst aber weiß ich nicht ob das sinn macht und im meerwasser auf jeden fall ist da alles drin und wenn du irgendwas verbraucht hast ja dann kaufst du die nachfüllpackung halt davon gezielt nach von daher also sehe ich keine probleme also wie gesagt die die einzelnen tests gibt es also auch als nachfüllpackung quasi als nachfüllversion krusco also für süßwasser oder reicht bei einigen werten die tendenz ja erstmal ist die tendenz natürlich wichtig ich meine wie gesagt das ist jetzt der große meerwasser testkoffer dann gibt es natürlich etliche verschiedene testkoffer von jbl also auch für süßwasser also für mehrwasser glaube ich gibt es nur zwei aber für süßwasser gibt es mehrere testkoffer und die sind dann unterschiedlich vollständig ausgestattet und entsprechend kannst du dir da die messkoffer aussuchen die du brauchst dann guckst mal auf die jbl seite wie hast du jetzt also nicht jbl de was ich jetzt habe ich jetzt nicht im kopf auf jeden fall da gibt es kannst du dir die angucken was es überhaupt an testkoffern gibt und messmöglichkeiten und da stehen natürlich auch die empfohlenen verkaufspreise bei du kannst ja auch direkt über die jbl seite kaufen ja also du kannst dich auch bei jbl registrieren und holst kannst du auch den newsletter abonnieren und dann kriegst du auch regelmäßig oder unregelmäßig von jbl irgendwelche gewinnspiele oder irgendwelche anderen geschichten wo du dann quasi auch rabatt aktion bekommst ja dass du dann halt ich habe jetzt zum beispiel noch noch ein 20 prozent rabatt frei den ich jetzt noch noch verwenden könnte wenn ich dann was kaufe also dass sowas gibt es öfter oder und oster aktion weihnachtsaktion und was weiß ich alles noch also ist nicht uninteressant guten abend zusammen ich hoffe es geht euch gut ja hoffe ich jetzt geht es auch gut ist auch da ist auch da ich mache meine wasser test immer sonntags vormittags während doppelpass läuft okay kann man machen da muss man sich ja nicht konzentrieren kurz im prinzip siehst du es bei einem lange eingelaufenen aquarium wie sich pflanzen und fische verhalten und test ist wenn was auffällig ist eigentlich ja aber wie gesagt das darfst du jetzt nicht also einem anfänger davon dass eigentlich so noch nicht in die hand geben weil der anfänger überschätzt sich dann also ganz schnell ja deswegen ist es ganz wichtig dass man am anfang also zumindest ja immer also am anfang noch relativ häufig die wassertests macht und die die intervalle können natürlich mit zunehmendem alter des aquariums und auch der erfahrung natürlich immer weiter einfach immer weiter immer größer werden ja dass die dass man irgendwann hat man hat man einfach normalerweise wenn man sich ein bisschen dafür interessiert und auch interessiert reinschaut ja auch die pflanzen beobachtet die die fische beobachtet und so weiter ja und dann auch das günstig mit den gemessenen werten mal in verbindung bringt ja dann erkennt man plötzlich aber die fische zeigen im moment sehen so aus und die pflanzen zeigen die und die machen ja oder ich krieg da unter algen oder die und die algen und dann muss ich mal gucken wie sehen in die werte aus und dann entsprechend entgegensteuern und das kriegt man natürlich mit der zeit kriegt man da einen blick für aber auch natürlich nicht für alles das funktioniert natürlich so nicht wie ich drücke mich um die testreihe in meinem becken da geht mal einen sonntag vormittag drauf ja aber ich meine für sonne ich weiß ja nicht was für von welcher testreihe du sprichst also wenn es da nur um die nährstoffe geht ja das dann brauchst ja nitrat phosphat kalium und eisen ja das sind dann die werte die musst du dann messen und musst du dann im auge behalten ich habe vor circa anderthalb monaten auf filterlos umgestellt da teste ich im augenblick wieder wöchentlich um auf nun mal sicher zu gehen ja das ist mit sicherheit nicht verkehrt ja weil das becken ist ja doch ein bisschen also völlig anders als als ein normales zwangsgefiltert das becken ja ich meine das mit dem welcher reichen würde da gibt es schon große unterschiede das habe ich ja gerade schon gesagt es ist da kommt es natürlich darauf an was erwartest du was möchtest du denn testen oder wie groß sind deine ansprüche ans aquarium ja wenn du also sehr pflanzen orientiert bist ja dann solltest du schon einen koffer nehmen wo also auch die diäten die nährstoffe der pflanzen mit drin sind ja wieder verschoben ihr meistern doch so okay also das solltest du dann schon machen oder wenn du ein reines fischbecken hast ja dann brauchst du im prinzip ammonium nitrat und ph wird noch und carbonat hätte würde ich schon auch messen und da reicht dann auch ein etwas einfacherer koffer aber bei pflanzen großen werter pflanzen ist würde ich schon vollständigeren koffer nehmen ja oder fängst du mit einem kleinen koffer für was weiß ich 40 euro an und da sind ja dann auch mehrere freie felder drin da kannst du dann natürlich auch aufstocken das geht natürlich auch aber meistens ist das schon unterschieden also ob du jetzt den kleineren koffer oder größeren koffer nimmst also der hier ich habe ja auch den den kleinen süßwasser koffer also der koffer ist auch von einer von der baugröße her deutlich größer als dass dieser kleine standard messkoffer für süßwasser den ich also vor anderthalb jahren oder was ich den glaube ich von jbl bekommen oder oder schon noch vor längerer zeit also wie gesagt das ist kommt immer darauf an was wo liegen deine schwerpunkte was willst du messen was musst du messen ja und dann guckst du einfach was bietet der koffer ja und dann holst du dir halt den koffer der zu deinen bedürfnissen passt es gibt eine extra anleitung ok cosco ich würde mir keinen koffer holen sondern nur die tests die du brauchst das war bei mir am anfang nitrat phosphat und nitrat jetzt wo alles läuft test ich ehrlich gesagt nicht mehr kann man machen ja dann hat man natürlich die einzelnen tests überall rumfliegen und ob das jetzt so so ideal ist es natürlich die andere frage ob du das wirklich so willst und ich bin mal ich bin eigentlich relativ sicher dass selbst die standard werte die standard messwerte zusammengefasst im koffer günstiger sind als würdest du als würdest du die einzelnen kaufen und so hast du dort schön im koffer konzentriert zusammen kannst du deine ordnung halten dann kannst du nachher schön alles sauber machen und so sehen ich nachher die tests überall in der aquarium schrank zusammen wo dann wahrscheinlich dann irgendwann sowieso das chaos ausbrechen wird ja ich kenne das von mir also also ich bin also jetzt nicht gerade der der sauber oder der 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 mensch der da so geil ist auf problem im stream das ist dann ausfall gewesen wo die alles grün ist sehr interessant dann hast du da unter umständen den ganzen kram einzeln in einem schrank rumfliegen und und kannst du nichts mehr zu ordnen die test reagent sind passt nicht mehr zusammen und dann suchst du den spartel für was weiß ich da irgendein test und wird der komparator verloren und was weiß ich und so hast das alles schön im koffer zusammen und den koffer kasse quasi auch noch quasi dabei und hast da nicht so blöde plastik so blöde papier oder papp füllen und wie gesagt im koffer ist das alles ordentlich und du findest alles aber wie gesagt muss jeder selbst für sich entscheiden also ich persönlich wäre in der meinung dass es da doch auf jeden fall sinnvoll ist sich den koffer zuzulegen great ist auch da agreros naja im prinzip würde ich sagen ammonium nitrit nitrat phosphat deckt so das problematisch in süßwasser ab dazu vielleicht noch kh und ph ja und was ist mit 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 kalium und eisen ja also wenn du schon phosphat hast phosphat sagt das ist wichtig dann würde ich auch kalium und eisen dazu zählen hat übrigens gut mit cosco das kommt darauf an was du machen willst beim mission auf zu janken bei einem neuen aquarium ist ein no2 test nicht schlecht weil co2 zuvor ein co2 dauertest kh teste ich wöchentlich müssen bitte hör mal auf mit der jankerei die schiebserei die ist echt nervig dies wirklich nervig so ein stück und dann machst du platz wir haben ein neues kanalmitglied herzlich willkommen krusko schön dass du im club angekommen bist und vielen dank für deine unterstützung danke danke das freut mich ja in die ich habe immer ghp h nitrat ja mein gut ich muss ehrlich zu sagen mehr habe ich eigentlich auch nicht ja phosphat und kalium und ja ich benutze meistens sogar die 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 lügenstäbchen die reichen mir meistens schon als tendenz ja und dann kann ich an der hand der pflanzen sehen was fehlt meinem aquarium denn sonst dann an nährstoffen und von daher brauche ich eigentlich selber gar nichts anderes jens fragt was ihr mit fb macht ja eisen ist natürlich auch so eine sache also die art und weise wie ich so ein aquarium aufbaue ja also bisher habe ich ja immer eisenoxid pulver unter dem bodengrund gepackt und dann beim filterlosen aquarium gibt es nie wieder eisenmangel mittlerweile ist ja das neue das aqua das club power additive da ist auch eisen pulver mit drin verarbeitet ja deswegen hat es auch ein leicht rötlichen touch und wenn du das drunter machst dann wirst du vermutlich auch in den nächsten jahren keinen eisenmangel haben und und von daher sehe ich das also eigentlich relativ gelassen ja stimmt phosphat auch aber dafür habe ich eine extra sonde ich danke euch englisch habe immer so das hat man schon was macht ihr mit der weh ich habe dann nur die pflanzen angeschaut und mehr oder weniger eisen gedüngt das stimmt ja also wenn du phosphat im wasser hast dann fällt weiß eisen mit phosphat sowieso aus jens stoßdüngung mit düngen meter was ja greos fe test eigentlich nur wenn die pflanzen nicht mehr so ich sag mal toll aussehen dann bei niedrigem wert ab und an ein paar tropfen eisen 24 ins becken und pflanzen beobachten ja oder du nimmst und nimmst und voll dünger der auch sowieso schon also einen kompletten dünger wo also auch eisen und spuren elemente mit drin sind wie zum beispiel mein dünger jbl ferro pol bin ein fauler ja das ist auch ein eisendünger stimmt agrius also täglich gemäß anleitung das eisen 24 kann man machen jbl ferro pol nehme ich bei wasserwechsel auch ja dann tust du das ja schon aber wie gesagt bei umstellung gestellt also wenn du auf diffusion gesteuerte filterung oder diffusion gesteuerte system umgestellt hast dann wirst du kaum mal wirklichen echtes eisen mangelproblem vorfinden weiter so ein set kann man jetzt gewinnen die vivien 2100 ist ja die summe aus magnesium und calcium ich glaube du hast beim testen von magnesium und calcium nicht nach jedem tropfen das reagent glas geschwenkt nein das habe ich nicht aber ich habe ich kann man kann ja in etwa abschätzen ist man noch weit von dem wert entfernt oder nicht ja also wenn wenn der tropfen in das reagent glas rein fällt und das und der tropfen bleibt relativ konzentriert bis unten hin ja und es ist immer noch kein farbumschlag da also auch nicht in den tropfen ja dann kannst du davon ausgehen das ist noch ist noch eine weile hin wenn du anfängst zu merken dass da unten leichter farbumschlag stattfindet ja dann ist es wichtig dann auch unbedingt zu schwenken und dann habe ich auch geschwank geschwenkt und von daher also ist das schon ich denke mal ziemlich korrekt gewesen ja und du sagst 500 calcium dann müsste magnesium 1600 sein wenn ich richtig aufgepasst habe ja 1600 ist auch zu viel ja also der der soll wert liegt irgendwo bei 1430 milligramm das ist so der ideal wert und und der kalzium wert liegt bei 400 auch bei 420 450 irgendwo so in dem dreh genau in die ihr lieben ich kann mich nicht mehr wach halten es war ein anstrengender tag heute ruhige nacht euch allen und noch viel spaß beim streamen bis montag bei ja irgendwie schön dass du da was hat unglaublich viel spaß gemacht und ich weiß nicht ob du es jetzt noch mit christ ich sag schon mal ich wünsche ein schönes wochenende bis montag proximal gute nacht irgendwie bin erst von der arbeit gekommen gerade christian naja so ein ich hab da mal was vorbereitet wäre gut gewesen ja das ist aber hier nun mal ich bin hier im studio und das ist live ja wie hättest du es denn gerne wie hätte ich das denn machen sollen dann fabi hat die letzten tage rumgewirbelt ging gar nicht aber wie gesagt dafür gibt es den auszug und ja man kann es halt nicht jedem recht machen ja also es geht halt mal so mal so der eine mag so und der andere mag es nicht und im moment mache ich nun mal so wirklich überhaupt keine keine normal videos weil mir dafür einfach im moment der kopf fehlt ja und das ist für mich einfach einfacher mit dem live stream ja den kann ich nacharbeiten den kann ich schneiden und 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 wenn ich hier videos machen würde direkt videos ja so wie ich früher gemacht habe ich sag mal ich brauche dann für so ein video also unglaublich viel viel länger als für ein live stream und das nachzuarbeiten ja okay jetzt vorgestern ich glaube vorgestern war das nur wo ich die nicht über nass acht wo es darum die acht fragen zu fischen ging ja ich habe für dieses eine video habe ich dass wir die lügen 12 12 stunden habe ich dafür gebraucht insgesamt mit allem drum und dran also ohne also nur schneiden und und nachher auch die die untertitel machen ja da habe ich ungefähr zwölf 13 stunden für gebraucht ja unglaublich habe ich nicht mit gerechnet also war ich der hammer ich war fix und fertig nachher nach das heißt ich habe an dem tag nichts anderes wichtiges mehr machen können ja und ich kann mich aber leider nicht zerreißen und deswegen muss das im moment alles so laufen wie es eigentlich jetzt im moment ist auch wenn das weg damit nicht allen gerecht werde mario was hältst du vom system überhaupt nichts da hatte ich gar nichts von ja das ist ein system das arbeitet halt mit mit nach sascha mischbett harzen oder oder mit einzelharzen also mit jonentauschern da halte ich persönlich überhaupt nichts von weil das also quasi ja unkontrolliert alles rausholt ja und dass das kann ich irgendwo nicht nachvollziehen und ich sag mal die meisten leute die irgendwann mit ab gearbeitet haben haben es auch irgendwann wieder dran gegeben es ist ein teures system ja das ist wirklich teuer wenn wenn die wenn die wenn die harze erschöpft sind musst du entweder neue kaufen oder muss man generieren oder regenerieren lassen weil mich spät harzen und das ist das ist eine riesensauerei also wenn man selber macht und teurer spaß wenn man es machen lässt verdammt teurer spaß ja also da ist ein wasserwechsel sind mehrere wasserwechsel so viele wasserwechsel billiger viel billiger also ich persönlich halte von abab überhaupt nichts der jahren sie ist auch schon da der uwe ich habe bei mir im becken zu viel phosphat als aktuell 1,8 milliliter milligramm pro liter wasserwechsel hat nicht wirklich geholfen zu viel futter kann sein aber dafür gibt es ja einen ganz einfachen heck du nimmst einfach stahl wolle zwar möglichst die feinste ja die vierfach null also vier mal null stahl wolle hier die man zum möbel aufarbeiten oder so verwendet schneidest ein stückchen davon ab ja tust das in eine alte socke oder in irgendein filter strumpf oder irgend so was und hängst den quasi ins becken in der strömung idealerweise und dann wirst du merken nach ein zwei drei tagen ist das phosphat also ratzifat sie runter ja und es kann passieren dass bei dem system was das dabei das wasser trübt ja das ist aber nichts schlimmes die wassertrübung stammt vom eisenhydroxid ja und das macht überhaupt nichts weil dieses eisenhydroxid was dabei frage setzt wird das muss ich verbindet sich dann halt mit dem phosphat zu eisenphosphat und dann fällt das phosphat auf das eisen aber dass der phosphor aus ja das phosphat mit eisen und zwar kein eisen was du zum düngen eingesetzt hast sondern speziell das eisen was du mit der stahl wolle eingegeben hast absolut nachhaltig absolut unschädlich und einfach die billigste möglichkeit überhaupt und ich sag mal die stahl wolle kriegst du in jedem baumarkt ich meine als gemacht ist schon echt eine menge das stimmt wann sie habe den jbl süßwasserkoffer wie lange genau halten die mittelchen das kann ich nicht sagen steht aber müsste aber auf jedem fläschchen draufstehen wie lange das hält valioachim spielt bei einem diffusion filter leid eigentlich das filter volumen eine rolle da ja der biofilm im becken selber ist im grunde nicht wirklich ja also die die hauptfilter leistung wird normalerweise im aquarium erfolgen ja und dieser dass der diffusion filter leid also die die auslagerung von ein paar filter resourcen die bietet einfach nur noch eine zusätzliche sicherheit eigentlich sonst nichts also im grunde ist das ist das prinzip halt immer noch filter los ja und eben ich habe festgestellt dass also der der umstieg oder die die hemmschwelle zum umstieg über den diffusion filter leid bedeutend geringer ist ja dass also die leute die umstellen würden quasi über den diffusion filter leid einfach den dreh viel viel leichter kriegen ja weil viele können sich einfach im ersten moment einfach nicht vorstellen dass ein aquarium ohne filter funktionieren kann ja und da ist halt diffusion filter leid da hat man dann irgendwo noch so einen gefühlsmäßigen filter in der hand und wie gesagt das macht vieles einfach leichter und ansonsten bräuchte man diesen diffusion filter leid nicht und wenn man wenn man wirklich höheren besatz hat also für höhere stoffwechselanteil im becken dann macht sowieso irgendwann sinn einen diffusion filter einzubauen also quasi eine filter matte als rückwand und vielleicht auch noch als seitenwand oder halt die auf meiner homepage beschriebenen externen diffusion filter modelle ja wobei also mittlerweile ich denke mal ist es am einfachsten und am leichtesten darüber zu bringen und auch am günstigsten wenn man quasi im becken selbst quasi diese filter matte an der rückwand anheftet okay dann sieht natürlich ein bisschen komisch aus aber dafür gibt es ja auch mittlerweile schwarzen filter schwarzen also von daher also eine gute sache agrius joachim ich denke auch dass es sich da nun filter los mit dem eisen sozusagen von alleine erledigt das denke ich auch ja usko hansi ich habe mir ein gebrauchtes aquarium geholt mit allen möglichen zubehörern der testkoffer war unbrauchbar also nicht weit über dem mhd ich mein klar tatsächlich gibt es halt ein paar messreagenzien wo der wo der wo das haltbarkeitsdatum eigentlich schon eher mit vorsicht zu betrachten ist ja aber ich meine zum beispiel nitrat gehört dazu ja da würde ich vielleicht den würde ich vielleicht doch nicht bis zum ultimo aus ausnutzen und mich dann auch das ergebnis zu verlassen was habe ich denn hier immer mit meinem ich komme hier immer irgendwo dran rum und dann bin ich wieder raus so an sie dann gibt es die antworten mario genau das wollte ich wissen ja okay ja ohne ist auch dahin zu achim hast du erfahrung mit den leuchtaugen fischen den normans leuchtaugen fisch apollo abloser lichtes normanine erfahrung habe ich mit dem nicht den habe ich noch nie gehalten den habe ich sogar noch nie mal den habe ich noch nie mal im laden damals gehabt ohne hallo ich habe seit drei wochen meine hauptlicht quelle für aquarien aus nur abends für drei stunden leichte leds ich habe keine algen mehr und meine pflanzen wachsen sehr gut danke für deine tipps jahren ja gern freut mich ja vielleicht reicht das wenige lichtern auf jeden fall auch aus und ich glaube du hast ja auch filterlos noch und von daher brauchst du sowieso weniger licht als gefilterte aquarien für das für das gleiche ergebnis julian einfach viel sand und heizstab ok was jetzt gar nicht mehr worum es da ging worum ging es denn da was schützt gar nicht mehr auf meinen besatz ist eher gering ja dann brauchst du normalerweise eigentlich doch nicht man brauchst auch keine fusion zitter leid eigentlich ich direkt auf also auf filterlos umsteigen und gut ist agrius ich habe ja sozusagen einen haufen poröse steine wettlauer und bläcklauer steine und dazwischen ab und zu ein wenig von meiner eingelaufenen filter matte aus dem außen filter passt unsichtbar eingebaut ist doch schön super perfekt ich danke ja gern liebe leute damit sind wir schon wieder durch für heute wir haben zehn nach zehn denn entsprechend ich wünsche euch noch ein schönes wochenende ich muss ja noch ein bisschen aufräumen sauber machen und ja schönes restwochenende und vielen dank an alle meine unterstützer und an auch an jbl für die unterstützung für den die verlosungsartikel für den testkoffer und für das für den scheibenreiniger wenn ich dann wie gesagt aller voraussicht nach nächsten samstag vorstellen werde ja wird dann auch nicht ganz und so lange hat mich man da ist ja nicht so viel so viel zuzusagen so also in dem sinne sage ich macht nichts was ich nicht auch täte und ich wünsche euch einen schönen abend und